1, 2, 3 Ich glaube, die meisten haben wahrscheinlich schon mal ein paar Spiele von ihm gesehen. Und der ist halt ein Top-Spieler Ich denke, dass die Spiele komplett ist. Jetzt bin ich hier und ich bin glücklich. Das ist die Vergangenheit. Wir sehen uns in den letzten Tagen. Wir entscheiden, ob wir einen Spieler kaufen oder warten. Wir sehen uns in der nächsten Saison. 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 war, dass er ein sehr guter Dorf, sehr jung, aber sehr, sehr, sehr gut.